Was ist das, was ich da in der Hand halte? Das ist etwas ganz Evangelisches. Da steht Martin Luther und sein Freund Melanchthon. Und da ist eine Burg, eine stabile Burg auf dem Felsen. Und da hat er Heiland am Kreuz und mit der Bibel da dran. Und da heißt es, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und die Kirche, Christi, so auf diesem Fels gegründet, gewiss der Satan nicht noch Hölle überwindet. Also, und der daneben, das ist der Melanchthon, der stammt eigentlich aus der Oberroder Kirche. Der Luther hat ihn leider nicht mehr gefunden. Ich habe die ganze Spiene ausgesucht und auch nichts gefunden. Aber ursprünglich war er da, das weiß ich. Und ich kriege aber, ich habe ihn schon wieder in Aussicht. Und da sind die beiden wieder beieinander. Die kehren eigentlich zusammen, der Luther und der Melanchthon. Das ist ein Bild, siehe, vom breiten und vom schmalen Weg. Das ist also so richtig evangelisch, fast noch evangelischer wie evangelisch. Das ist pietistisch, sagt man doch. Also, das ist für ganz Fromme, die jetzt oft über die Stundkette in dem Haus. Und das ist 1860, ist das gedruckt worden. Irgendeiner hat es natürlich gemalt. Und da sieht man also den breiten Weg und den schmalen Weg. Der ist in jedem frommen Haus eigentlich kein Früher. Auch ich kenne auch, meine Großeltern haben das auch hingekannt. Da ist der breite Weg, der geht also willkommen. Da dürfen wir rein und da ist da ein Theater und da ist da eine Wirtschaft und so weiter. Da ist sogar die Eisenbahn, das war auch schon ein bisschen verdächtig früher. Und mit der fährt man dann los in die Ferne. Und wo landet man schließlich? In Feuer, da oben in der Hölle oder was weiß ich wie. Und der schmale Weg, der geht da hinein, wo geht der hinein? Da ist der Mauer, der Wanderer, der geht durch die schmale Pferde. Denn der geht dann eine steile Staffel hoch und geht über ein gefährliches Brickchen lieber. Und geht da vorbei an dem Zelten, da stehen überall Leute und Predigen. Es ist aber recht, dass wir auf der Seite sind und nicht auf der anderen. Gratuliere, da geht es nämlich nur in den Himmel. Da oben ist der Himmel. Aber der Weg ist oft gefährlich. Da sieht man nämlich einen Löwen. Der greift die Leute auf und dann auflaufen. Aber der Löwen kommt nicht weiter. Der hängt nämlich an der Kette. Denen kann gar nichts passieren. Breite und der schmale Weg. Und zu jeder Situation ist ein schöner Spruch aus der Bibel draus. Da haben wir lesen können, könnten wir eine Predigt drüber halten und stundenlang drüber erzählen. Wo ich das entdeckt habe, dieses Bild, als kleiner Bub in Niederhofen, der in meiner Geburt ist im Zaubergeil. Dann hat mir das so gefallen und ich bin nicht fertig geworden mit dem Bild. Und dann habe ich immer gedacht, ich würde eigentlich lieber auch da rumlaufen, in dem breiten Weg. Und, aber darf ihr da eigentlich dann auch was nix ist? Aber, habe ich gedacht, guck mal, ich sehe doch da ein Brickle. Wenn ich da in der Luft geht hätte und da ein bisschen vergnügen hätte und so weiter und dann auch über das Brickle nie übergeht, hätte ich auf den schmalen Weg genommen kommen. Das ist eine Möglichkeit. Und tatsächlich, da sind Leute da, das sind wie so Pfarrer oder Prediger, die sagen, oh Leute, wenn ihr da weiterlaufen, das geht schief. Da hat ihr noch eine Möglichkeit zur Buse und so weiter. Ja, bis zum Himmel hin. Ja, das ist der breite und der schmale Weg, der hängt jetzt im Museum, gehört mir persönlich, ja. Andenken an die Familie Goldner von Wies von Niederhofen, ja. Das habe ich, wo die gestorben sind, habe ich gesagt zu den Nachkommen, ich will nix von eurer, aber das Bild hätte gerne. Und sie gesagt, das kannst du mitnehmen, das will kein Mensch. Ich habe es gewählt und ich freue mich drauf. So, der breite und der schmale Weg. So. Jetzt haben wir natürlich nicht bloß Oberrot, sondern wir haben auch eine katholische Nachbargemeinde, aber heutzutage, den wir schön miteinander zusammen schaffen, wir haben einen Weltgebetstag miteinander und streiten nicht mehr wie früher. Früher haben sie einander daran zu verhauen, aber das ist vorbei zum Gottklick, ja. Und das sind aber natürlich ganz andere Bilder, wo die haben, ja. Ja, das ist ein Bild von Wiesenbach, von, ja, von Hausen, ja, an der Rot. Jesus mit Maria und Josef und so weiter erleuchtet, helft, rettet uns, ja. Die beiden oder die drei sollen uns retten, das ist der Heiland, der Kleine und so weiter. Also das sieht man schon von weitem, das ist katholisch, okay, genehmigt, ja. Das da oben ist ein Bild, das ist früher in der Oberroter Kirchkäng, ja. Und das ist der Pfarrer Silber, der begrübte Pfarrer Silber, ja, der da oben fotografiert ist in der Evangelik. Und das ist in vielen Haushaltungen, ist das aufgängig in der Stube, ja. Und dann haben wir halt auch noch verschiedene Bilder, das sind die Ehrenleserinnen, das ist ein ganz berühmtes Bild. Ein Stich, ein Stahlstich. Und das ist der liebe Heiland, der sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hört, so will ich auftun und ihm das Abendmahl mit ihm halten. Also wir werden in dem Haus nochmal so einer Bibel begegnen, Uralto, riesengroße Altarbibel von 1738, glaube ich. Aber das ist jetzt kein so riesengroße, aber man sieht, man hat in diesem Bibelbuch, hat man da oft drin gelesen, das ist also ganz und gar zerlesen. Und irgendwann hat man gesagt, jetzt misst man eigentlich eine neue Bibel. Und meistens hat man dann zur Hochzeit, hat man eine gekriegt und hat dann eben eine neue Bibel genommen. Jetzt, was macht man mit der alten Bibel, kann man doch nicht wegschmeißen. Der Großvater hat drin gelesen, der Großmutter hat drin gelesen, unsere Eltern haben drin gelesen und so weiter. Vielleicht hat man es rein in der Regel ganz wunderschön mitgebracht, in der Schule als einmal. Und ja, wegschmeißen kann man es nicht, unmöglich. Dann hat man auch ein Strickchen drumherum gemacht und hat unter die Dachsparade neugelegt und hat gesagt, so gibt es immer noch ein bisschen Sechen ab, der Hoheloch. Das ist eine echte Fremdlichkeit, ja.